Wir erwarten die jüngste aller Jurypräsidentinnen mit Christen Stewart, eine sehr weibliche Jury. Ich freue mich, dass wir sie hier im Maschinenraum unserer Demokratie im Kanzleramt empfangen können. Das bedeutet Herzklopfen, Aufregung. Es ist die 73. Berlinale, die in sehr schweren Zeiten, in sehr düsteren Zeiten stattfindet. Der Krieg ist ein Jahr alt. Wir haben tatsächlich diese Katastrophe, diese epochale Katastrophe in der Türkei und in Syrien. Da fragst du dich natürlich, kann man da überhaupt einen Filmfest machen? Ich glaube aber, genau jetzt muss man einen Filmfest machen, denn es ist gerade der Film, der uns die Augen öffnet, unsere Herzen öffnet und Menschen zusammenbringt.